Die Google NIC Filter sind simpel anzuwenden und super für ein Bildfinish. Bei der ColorFX Pro Serie gibt es viele tolle Filter. Probier die einfach mal aus. Mit der Zeit sind drei Filter zu meinen absoluten Lieblingen geworden. Bei dem ersten Filter setze ich zuerst die Mitte, dann bestimme ich die Größe der Vignettierung und die Form. Dann die Helligkeit der Mitte, wie dunkel der Rand sein soll. Und dann bestätige ich das Ganze. Je nach Leistung eures Rechners oder eures Laptops kann das ein paar Sekunden dauern. So, dann reduziere ich die Deckkraft. So gefällt mir das ganz gut. Ganz wichtig ist bei den Google NIC Filtern, ihr müsst die Ebenen immer auf eine reduzieren. Das geht mit STRG und E. Dann gehen wir wieder bei den NIC Filtern rein. Mein nächster Lieblingsfilter ist die Polarisation. Bei dem Filter bestimme ich eigentlich nur die Stärke. Achtet mal auf die Augen. Toll, oder? Bestätigen. So, dann dauert es wieder einen Moment. Und nun wieder die Deckkraft. Auf eine Ebene reduzieren. Und zum dritten Mal zu den Color FX Pro Filtern rein. Jetzt ist mein Lieblingskontrastfilter dran. Hier arbeite ich mich von unten nach oben vor. Zuerst den dynamischen Kontrast. Dann den normalen Kontrast. Und je nach Bild schaue ich, ob es noch einen Farbstich zu korrigieren gibt. Dann bestätige ich das Ganze. Und auch hier regele ich dann gleich die Deckkraft. So. Das war's. Das war mein Bildfinish. Mit den NIC Filtern. Ich hoffe es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.